hallo und willkommen zurück zu anthony tristan und öffnen heute öffnen wir yugio struktur deck albert strike in einer der fern abgründe abgebildet die musik was muss man hier in einer fern abgründigen welt in der verschiedene gruppen gleichzeitig als verbündete und als gegner konsistieren erscheint der gefallene von alberts einer geheimnisvollen und mächtigen füge ohne erinnerung an ihre vergangenheit seine reise pflegt sich mit der schicksal derer denen er begrenzt dieser abenteuerlichen struktur deck erzählte ihr geschichte und enthält karten aus aller vier kategorien plus gefallen davon als albas selbst sowie seine zahlreichen funktions drachen form oh boy oh oh yeah ja 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 Das ist ja, wenn du ein Goblin mit mir ausprobieren kannst. Ich habe ihn ausprobiert. Ich habe ihn ausprobiert. Ich habe ihn ausprobiert. So, was du mit Goblin? Ich weiß nicht. Ein Goblin, du kannst mich nicht mehr auf dem Kopf. Ich habe ihn ausprobiert. Ich habe ihn ausprobiert. Ich habe ihn ausprobiert. Das ist ein Blitz. Oh! Wir haben keine Angst! Wir haben keine Angst! Das ist mir ganz wichtig! Drink! 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 Ja! Oh, ich bin ein Schrein! Ich bin ein Schrein! Oh, ich bin ein Schrein! Oh, ich bin ein Schrein! Oh, ich bin ein Schrein! Ich bin ein Schrein! Oh, ich bin ein Schrein! Schlein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020